Die meisten Clips auf TikTok zaubern uns ein Lächeln ins Gesicht oder lassen uns staunen. Aber manche Videos sind auch echt fies. Wir zeigen euch die gruseligsten TikTok-Videos. Schaffst du es, die Clips zu gucken, ohne dich zu erschrecken? Wir starten harmlos, doch es wird immer gruseliger. Versprochen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was können wir tun? Was können wir tun? Komm schon. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich bin Gott so... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh my god, oh my BOOM What the hell is that? It's an alien, let's go near it Go Let's go near it Alright, alright Are you scared? Look, bitch, we keep getting too closer to it Look What is this? What is that? Is that a cat or? Hey yo, bedroom check Und, bis wohin hast du es gepackt, ohne dich zu erschrecken? Schreib's unten in die Kommentare und guck dir auch diese Videos an